Teil 16 Breakfast Sonntag 10 Uhr Chrissy hastete die Treppen hoch. Im Hausflur duftete es nach Kaffee. Morgen Rose begrüßte sie ihre Tante und wedelte mit der Brötchentüte. Ach, frische Brötchen, wie aufmerksam! Möchtest du einen Kaffee? fragte Rose. Gerne. Arbeitet, Charles? Chrissy holte Butter und Orangenmarmelade aus dem Kühlschrank. Ja, er kommt erst heute Nachmittag zum Tee. Hat er dir schon etwas vom Ufologentreff erzählt? Nein, er hat im Apartment übernachtet, antwortete Rose ungewöhnlich knapp. Raymond schlurfte in die Küche. Er sah unausgeschlafen aus. Dunkle Ringe umrahmten seine Augen. Morgen. Hey, geil, wer hat Brötchen geholt? Er flätzte sich an den gedeckten Tisch. Deine Cousine. Tee oder Kaffee? Cappuccino. Sein Körper lächzte nach Koffein. Wie lauten eure Pläne für heute? fragte Rose. Raymond schloss für einen winzigen Moment entnervt die Augen. Die Frau ließ ihn nicht einmal Sonntagmorgens in Ruhe. Resigniert blickte er Chrissy an und strich sich fahrig die Haare aus der Stirn. Wir gehen in den Club und kommen gegen fünf wieder her. Chrissy nimmt das Handy mit. Wir sind immer erreichbar. Ich bin allerdings bei den Musikaufnahmen und will nicht durch irgendeinen Klingelton gestört werden. Kapiert? Gut, ihr habt ja einige Sachen im Club vor, oder? nickte Rose zerstreut. Genau, bestätigte Raymond augenrollend. Übrigens habe ich Britta auch zum Tee eingeladen. So ein attraktives Paar. Carlo ist so dunkel und sie eine skandinavische Schönheit. Ein Traumpaar. Ma, sie trägt nen Ehering. Weißt du, Frauen in solch einer gehobenen Position tragen den Ehering manchmal nur zum Schutz, sinnierte Rose. Echt? Ist ja krank. Raymond schaute ungläubig drein. Chrissy biss sich auf die Lippen, um nicht loszulachen. Und Chrissy, was meinst du? Läuft da was zwischen den beiden? Rose blickte sie erwartungsvoll an. Eigentlich hat Carlos, soviel ich weiß, eine feste Beziehung. Aber ich bin sicher nicht auf dem neuesten Stand. Umschiffte sie das Thema geschickt. So, hmm, also die beiden machen einen verliebten Eindruck auf mich, seufzte Rose und nahm sich ein zweites Brötchen. Ich backe! Raus mit euch! Mit diesen Worten scheuchte Rose die zwei nach dem Frühstück aus der Küche. Sie verzogen sich in Raymonds Zimmer. Eigentlich backt Rose nur, wenn sie extrem schlechte Laune hat, wunderte sich Raymond über seine Mutter. Echt? Sie wirkt auf mich völlig normal. Neugierig und auf Tratsch aus. Wie immer, oder? Naja, Hauptsache, wir haben jetzt unsere Ruhe, erwiderte Chrissy und setzte sich auf eins der Samtkissen. Einen Augenblick später transmexten die Scromaxk. Jeder berichtete. Chrissy kritzelte die Informationen auf die Kopien, die sie im Internetcafé gemacht hatte. Schließlich überflog sie alles und fasste es zusammen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber es kommt immer dasselbe raus. Carlo hat den Quantenrechner in London dabei. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli wurde das Teil vom MI6 gecheckt und Red transmexte folglich in Voxhall Cross. Bescheuerter geht's nicht. Sicherheitsstufe 1. Absolute Kontrolle. Und wer kreuzt auf? Ein fehlgeleiteter Scromaxk. Immerhin wissen wir jetzt, wo es passiert ist und wir können die Suche einkreisen. Das ging doch für menschliche Verhältnisse recht schnell, melkte Green freudig an. Für menschliche Verhältnisse. Hört sich nicht gerade nach einem Kompliment an, beschwerte sich Raymond. Ist es aber ehrlich. Okay, grunzte Raymond. Green hat schon recht. Wir wissen mehr, sagte Chrissy lahm und kam ins Stocken. Die Scromaxk hatten offensichtlich keinen blassen Schimmer, mit was für einer hochkalibrigen Organisation sie sich da anlegten. Voxhall Cross ist ein riesiges Gebäude. Ein richtiges Bollwerk, fuhr sie zögernd fort. Auf der Homepage des MI6 ist ein Foto zu sehen. Auf normalem Weg kommen wir da nie rein. Allerdings könntet ihr versuchen, über das hausinterne Netzwerk an weitere Informationen zu kommen. Heute ist Sonntag. Vielleicht gar kein schlechter Tag, um zu schnüffeln. Einverstanden, nickte Green. Und ihr? Was unternimmt ihr? Wir gehen in den Club. Aber vorher statten wir Voxhall Cross einen Besuch ab und checken das Gebäude von außen. Es liegt direkt an der Temse, antwortete Chrissy. Green sprang auf. Wir finden heraus, was dort passiert ist. Komm, Blue. Tschüss und guckt raus. Ich wink euch vom Flussufer aus zu, rief Raymond ihnen nach. Knetorgie Sonntag, 11 Uhr Rose rang sich ein Lächeln ab, als die Teens sich verabschiedeten. Bis spätestens fünf presste sie heraus und knetete ihren Mürbteig weiter, bis er nur noch bröselte. Energisch manchte sie die Krümel zusammen und verfrachtete sie in den Kühlschrank. Inzwischen war der Hefeteig aufgegangen. Rose holte die Schüssel vom sonnigen Balkon, streifte die Ärmel ihres T-Shirts nach oben und knetete, was das Zeug hielt. Sie war sauer. Gestern Abend hatte sie spontan mit Janet die Schicht getauscht. Rose wollte auch zu dem Ufologen-Treff. Sie staunte, als sie die Saaltüre öffnete und es gerammelt voll war. Arthur Reading hatte bereits angefangen. Sie sah Charles' Wuschelmähne ganz vorne. Vielleicht konnte sie sich nach der Pause zu ihm setzen. In der Mitte der letzten Reihe erspärte sie einen freien Platz. Rose schlängelte sich an den Sitzenden vorbei und ließ sich müde auf den Stuhl plumpsen. Das Thema des Vortrags war außerirdisches Bewusstsein. Reading behauptete, dass ein Embryo schon kurz nach der Zeugung eine Seele habe. Die Seele bestehe aus winzigen Partikeln, die man sich wie schwingende Fäden vorstellen müsse. Das befruchtete Ei wirke wie ein Magnet, der die unsichtbaren Fädchen an sich ziehe. Je mehr Fädchen vorhanden seien, umso reicher und vollkommener sei eine Seele. Rose packte den Teig und wuchtete ihn auf den Küchentisch. Sie stob etwas Mehl darüber und knetete energisch weiter. Reading hatte zudem behauptet, dass es einige wenige Seelen gäbe, deren Fäden veränderte Schwingungsmuster hätten. Diese Menschen seien mit außerirdischen Lebensformen in Kontakt gekommen. Er besprach dieses Phänomen ausführlich, doch Rose hörte ihm nicht mehr zu. Ihre Aufmerksamkeit war komplett abgelenkt. Charles war aufgestanden und einfach gegangen. Rose nahm zunächst an, ihr Mann müsse mal, aber er kam nicht zurück. Nur ein paar Stunden zuvor hatte er ihr noch hoch und heilig versprochen, den Vortrag anzuhören und sich hinterher Reading genauer anzuschauen. Und jetzt das! Kalte Wut hatte sie gepackt und nicht mehr losgelassen. Eisern war sie bis zum Schluss geblieben, hatte mechanisch geklatscht und war frustriert nach Hause gelaufen. Rose starrte auf die Teigklumpen. Sie konnte sich auf Charles nicht verlassen. Das war Fakt. Rose hob den Teig hoch und pfefferte ihn auf die Tischplatte. Heute Nachmittag würde sie Charles' Fädchen zum Schwingen bringen, das ihm Hören und Sehen verging. Diese Vorstellung tat gut. Ja, wirklich, ausgesprochen gut. Obwohl. Vor ihrem inneren Auge tauchte erst sein Gesicht, dann der ganze Charles auf. Neben ihm stand eine Frau in Abwehrpose. Rose. Eine Eheszene wie aus einem schlechten Film nahm ihren Lauf. Aus Rose Mund quollen Anschuldigungen. Charles lächelte überheblich und warf ihr vor, dass sie ihm schlichtweg nicht genügend vertraue. Das sei ihr Kernproblem. Über seine Unzuverlässigkeit verlor er keine Silbe. Nein, Charles, der beste Vater von allen, war ohne Fehl und Tadel. Er behauptete, dass er den Laissez-faire-Stil nur als Ausgleich pflege. Sie treibe ihn dazu. So ging er immer geschickter in die Offensive und bezeichnete Rose schließlich als einen krankhaften Kontrollfreak. Stopp, Schluss. Rose verscheuchte die Bilder aus ihrem Kopf. Sie wusste nur zu genau, wie die Szene endete. Sie würden sich in dem Gespinst ihrer unerträglichen Streitereien verheddern und erst nach Tagen wieder herausfinden. Nein, so nicht. Vielleicht schaffte sie es, erst einmal abzuwarten. Sie würde sich zusammenreißen, sich jede Kritik verkneifen und in aller Ruhe anhören, was Charles über den Abend berichtete. Und dann würde sie, ohne große Worte, Konsequenzen ziehen. Das war Teil 16 von Scromax. Die Suche Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de De Die Suche